Hallo und herzliche Willkommen zurück in Withergate. Da wir gerade schon mal hier sind, holen wir uns natürlich direkt das nächste Buch. Es ist ja nur noch eins. Gehen wir runter. Tickets haben wir ja genug. Auf geht's der Karte. Ich wollte tatsächlich noch eine Kleinigkeit loswerden. Wegen der Geschichte mit dem Hop-Rad manipulieren. Ich hätte theoretisch gar kein Problem damit, hier 300 Tage lang ein Buch zu suchen. Würde ich das alles nur alleine mit mir selber machen. Dann würde ich mir nebenbei Videos anmachen, Filmchen gucken, ein Hörbuch hören, irgend sowas. Und dann hier einfach ganz entspannt das Zeug rauf und runter farmen. Gar kein Problem. Aber im Kontext eines Let's Plays schwierig. Das habe ich auch, glaube ich, alles schon mal gesagt. Ich bin aber relativ froh, dass ich jetzt die Möglichkeit gefunden habe, die Drop-Raten entsprechend anzupassen. Und mich da nicht so ewig mit rumschlagen zu müssen, wie ihr seht. Die Bücher fallen trotzdem sehr selten. Ich glaube, wir haben da nicht zu viel bei kaputt gemacht. Es wäre vielleicht noch mal was ganz anderes, würde man das nicht alleine machen, sondern tatsächlich im Teamspielen. Weil man sich dann A abwechseln könnte, B natürlich doppelt so schnell durch so eine Ruine durch ist, als wenn ich das hier alleine mache. Aber da bin ich dann doch relativ froh, dass ich die Drop-Raten angepasst habe. Gerade schon gesagt, es fallen ja nach wie vor nicht so viele Bücher. Es ist nicht so, dass in jedem Stein sich ein Luf versteckt, auch wenn ich das so hätte machen können. Aber ein bisschen was von dem Spiel wollte ich ja auch noch beibehalten quasi. So. Aber genug dazu jetzt. Ihr wisst Bescheid. Ich finde das okay so. So, was haben wir heute? Wir haben ein Date. Wir haben um 20 Uhr ein Date in Melvari. Da müssen wir auf jeden Fall hin. Ja, also wenn wir es heute nicht schaffen, machen wir es morgen, wie üblich. Aber wäre ja ganz schön, weil das heute tatsächlich direkt abschließen kann. Und ich sehe, unser Mana geht zur Maige. Dann kommen wir uns ja direkt ein bisschen Honig reinhauen. Hatten wir noch was anderes für Mana dabei? Ein Buch 5. Das ist nicht das, was ich haben wollte, aber es ist ein Buch. Das muss man positiv hervorheben. Es ist ein Buch. Und Buch 4 ist nicht das, was ich haben wollte, aber man muss positiv hervorheben. Es ist ein Buch. Tatsächlich. Es steht sogar dran. Buch. Okay, es sind schon zwei Bücher in dieser Ebene, auf dieser Ebene. Also, drüber gucken wir mal. Wir machen gleich einfach noch eine Runde. Wenn wir ganz viel Glück haben, fällt dann unser Buch. Ich will doch nur die 1. Ja, komm, das machen wir mal mit der Spitzsacke. Hier sind nicht mehr so viele Steine. Das kriegen wir auch so hin. Und da noch. Und dann war da unten noch die 4. Und dann reicht es auch. Next. Wir können auf dem Weg gehen. Das wollte ich gar nicht. Das ist mit dem Reit hier. Aber wir können auf demnächst weiter hier die Honigtöpfe ausschlecken. Jetzt sind wir auch wieder voll. Und direkt wieder rein. Zwei Runden versuchen wir es. Dann reicht es auch. Jetzt ist immer noch schade, dass die kein Mana geben. Wenn man sie zerstört. Na ja. Man kann nicht alles haben. Das könnte ich sicherlich auch noch einprogrammieren. Aber ja, das wissen wir mal. Man muss ja nur eine Mana-Degeneration von 100 pro Sekunde erreichen. Dann ist alles gut. Kriegen wir noch Sinn? Gibt es genug Futter dafür? Gibt es eine Minenbelohnung? Also entweder für Zuckermais oder für Mana-Scherben die Mana-Degeneration erhöht? Das wäre doch eine Idee. Dann haben wir die Seite noch quasi schon wieder fertig. Wo ist es Dienstag? Wir müssen heute in die Arena und uns Dinge abholen. Wie zum Beispiel Zauber- oder Angriffsschaden. Leben und Mana. Was kriegen wir heute für dich? Wie viele gibt es da eigentlich? Also wir kennen die Viper. Wir kennen den End. Gibt es da noch was? Stimmt, oder? Wir werden es herausfinden. Ich bin sehr zuversichtlich. Ich weiß nicht genau warum, aber ich habe das Gefühl, das dauert hier noch ein paar Tage, das Let's Play. Wie schon mal angedeutet, ich bezweifle, dass es an die 300 kommt. Aber gucken wir mal. Lass mich überraschen. Aber zumindest die Bücher, also zumindest das Museum an sich, würde ich gerne noch voll machen. Dann müssen wir mal fischen. Überraschend die Schwerter, überraschend die Bücher. Yadda, yadda, yadda. Gefühlt jede Aufnahme das Gleiche. Aber wir kriegen das schon alles irgendwie zusammen. Wir haben schon 12 Uhr. Dann sollten wir langsam hier auch mal wieder rausgehen. Buch 2. Buch 1. Da ist es. Wir haben es. Sehr schön. Können wir jetzt trotzdem die Ebene noch erklären. Aber krass. Wir haben jetzt zwei Runden lang jeweils zwei Bücher bekommen. Wir haben aber auch wieder mehr mit der Spitzhacke gearbeitet jetzt. Das hat schon Einfluss, oder? Ich würde sagen, das hat einen Einfluss, ob man die mit der Spitzhacke kaputt macht oder mit Vakumulus. Auch wenn es nicht so ist, dass Vakumulus den kompletten Drop verhindert. Das haben wir ja bewiesen, tatsächlich. Ähm, ich habe trotzdem das Gefühl, die Spitzhacke bietet bessere Ausbeute. Müssen wir uns auf jeden Fall für die anderen Minen auch nochmal merken. Aber wir haben Withergate schon mal abgeschlossen, was die Bücher angeht. Das heißt, wir können die verlesen und dann ins Museum bringen. Mega! Ich freue mich. Gut, dann gehen wir jetzt mal nach oben und verkaufen unsere ganzen Bücher. Habe ich so richtig verstanden, oder? Müssen wir gerade gucken, ob es hier was gibt für Mana-Reck oder so. Mana. Also maximales Mana. Maximale Verteidigung. Maximale LP. Maximaler Zauberschaden. Das ist auch nicht übel. Und du? Du hast die ganzen temporären Tränke. Geringer Bonus an Verteidigung. Geringer Bonus Zauberschaden. Geringer Bonus Angriffsschaden. Nee. Nee, 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 nee. Die will ich alle gar nicht haben. Gut. Dann hüpfen wir jetzt einmal nach ganz oben. Mach die Taschen halbwegs leer und dann können wir eigentlich auch schon rüber. Zur Dachfarm. Same. Ja, jetzt ist nur Buch 3 nicht gefallen. Dann können wir aber 5, 4 und 2 ablegen. Nur 1 natürlich nicht. Gut. Haben wir das. Moment. Die da unten sind happy, aber noch nicht fertig. Richtig. Richtig. Die brauchen noch 3 Tage. Okay. Das ist ja easy. In die Kanalisation. Hier konnte man nicht angeln, oder? Das hatten wir schon mal geprüft. Kann man an der anderen Anlegestelle vielleicht noch angeln? Hier spawnen wirklich keine Fische. Okay. Ich wollte es ja nur nochmal verifizieren quasi. Jo, reiten wir los. Oh. Ah ja. Fischis. Klar. Wir sind mit Fischis auf 50. Na, wenn das nicht Leflay der Fischer ist. Guten Morgen, Peter. Weißt du, ein weiser Fischer hat mir einmal etwas erzählt. Er sagte, die Menschen fischen, weil sie hungrig sind. Aber Angler fischen, weil sie am Haken hängen. Ich glaube, du bist genauso leidenschaftlich beim Angeln wie ich. Und machst dich zu einem echten Angler. Meinst du nicht? Ich schätze, das tut es. Das ist richtig. Ich bin eins mit dem Fisch. Du und ich. Wir beide. Sunhavens zum Meisterangler. Oh. Bevor ich mit dem Angeln weitermache. Der Grund, warum ich heute vorbeigekommen bin, ist, dass ich dir etwas geben wollte. Was gibt es? Das ist ein Hut, den nur Meisterangler tragen. Ich würde sagen, du hast ihn definitiv verdient. Nur zu, sei nicht schüchtern. Ich kann es kaum erwarten, damit angeln zu gehen. Oh, sicher. Ich glaube, ich behalte es. Danke dir. Ich kann es kaum erwarten. Was bringt der denn? Der Anglerhut. 5% vergrößerter Gewinnbereich. 20% vergrößerter grüner Bereich beim Angeln. Ja. Ja, den nehmen wir mal vorsichtig mit zum Angeln. So, dann machen wir erstmal hier ein Same. Dann können wir das lila Ding ablegen. So. Oh, wir haben zu viele davon offenbar. 100 Gold am Tag. 200 Gold am Tag. Ja, hast du leider verloren, Darius. Das geht so nicht. Lass mal gerade ablegen. Wir haben keinen Platz mehr. Dann legen wir den Umhang ab und Darius Geschenk. Die Fische kommen wieder draußen rein. Die kommen erstmal raus. Das kommt raus. Aber komplett schlüsselt raus. Oh, Geisterholz. Dankeschön. Dann haben wir Adamant-Schlüssel. Immerhin zwei Stück. Und Mithril-Schlüssel. Immerhin fünf Stück. Das heißt, immerhin fünf ist ziemlich gut. Du musst noch in den Fischtank. Die Kohle können wir hier lassen. Das nehmen wir mit. Die nehmen wir sowieso mit. Du kommst wieder in die Truhe. Und das kommt in die Truhe. Und das kann ein... Ja, nee, das nehmen wir mal mit. Aus Gründen. Dann kann der Fisch weg. Der muss ins Aquarium. Den Helm. Ja. Den Helm nehmen wir mal mit, wenn wir jetzt gegen die Viper kämpfen gehen. Beziehungsweise im Kolosseum. Sollte ja wahrscheinlich nicht die Viper sein. Viper war es beim ersten Mal. Lün hat wieder Zeug für uns. Jo, Milch. Frühstück. Geschmiedet. Und nochmal geschmiedet. Lün gibt uns irgendwie sehr oft vier Sachen. Kann das sein? Ziehen wir den erstmal wieder an. Wir gehen später angeln. Aber den Wut, den nehmen wir auf jeden Fall mit. Der ist gar nicht mal so schlecht. So, was haben wir denn heute? Raimi, suchst doch einen im Kampf. Ja, klick los. Ne, Viper. Ja, gut. Viel kennen wir ja schon, ne? Auf geht's. Bist du sicher? Ich bin es. Dann macht euch bereit. Schickt den Herausforderer rein. Ja, schickt mal den Herausforderer rein. Der kann ja nicht so viel. Haben wir gleich. Moment. Aber wir haben keine Ahnung mehr. Ja, na dann. Na, komm, hier. Haben wir. Besties gefallen. 463 Kampf-EP. Gar nicht schlecht. Sollte man regelmäßig mitnehmen. Ja, das wollte ich gar nicht. Ich wollte das auch machen. Ich nehme den Zauberschaden. So, dann können wir das auf dem Weg ja in uns reindrücken. Wir müssen aber über Raimi raus. Wir sollten vielleicht kurz bei... Jetzt haben wir die Tränke abgelegt. Das war natürlich clever. Wir sollten vielleicht kurz bei... Shang und Kai vorbei. Machen wir mal eben. Wir nehmen mal eben... wieder die Geschenke für die beiden mit. Äh, nehmen wir den da mit und nehmen wir die da mit. Wo sind die? Beide unten. Ja, hervorragend. Dann hätten wir die Eier gar nicht mitnehmen brauchen. Gucken wir mal, ob die noch was zu erzählen haben. Also, ich glaube, vor allen Dingen... Shang ist fast durch. Aber ich habe das Gefühl, dass uns noch... der letzte Dialog mit ihm fehlt. Meinst du, ich sollte mein Schiff zu deiner Farm bringen? Ja. Wo ist er denn? Da ist er denn. Naja, das hat nichts mehr gebracht. Okay. Irgendwie fehlt da der letzte Dialog. Ich schaue nachts über das Meer und frage mich, was sich hinter dem endlosen Horizont befindet. Was ich damit sagen will, ist, dass ich in letzter Zeit eine unruhige Nächte habe. Weißt du noch, wie du in Sunhaven an Land gespült wurdest? Ja, tatsächlich ist mir die Erinnerung wieder eingefallen. Es ist eigentlich eine lustige Geschichte, als ich beschloss, meine Heimat zu verlassen, wusste ich, dass ich über das Ostmeer segeln und einen Land namen Sunhaven finden wollte. Hä, das ist richtig. Ich erinnere mich, dass ich über Sunhaven gelesen hatte und dass es ein Ort war, an dem man gehen konnte, um das zu finden, was man vermisst hatte. Ich habe versucht, heimlich mehrere Schiffe zu chartern, aber kein Käpt'n würde es wagen, einen Sohn des Kaisers zu entführen. Schließlich kaufte ich ein kleines Schiff und versorgte es mit Vorräten. Na, wir sind ein Natur-Talent auf dem Meer, oder? Naja, ich kam gut voran, bis ich von einer wütenden Bestie Schiffbruch erlitt. Seine riesigen weißen Tentakeln Atea zertrümmerten mein Schiff in Splitter. Es war ein Wunder, dass ich es unversehrt am Ufer schaffte. Ich glaube, du bist wirklich ein kleiner Abenteurer. Alleine den Ozean zu überqueren war unglaublich waghalsig. Ja, du bist auf jeden Fall ein Abenteurer. Ich schätze, das bin ich, oder? Und es ist auch ein Wunder, dass du mich gefunden hast. Damals ahnte ich noch nicht, dass du der Beginn einer glänzenden Zukunft sein würdest. Hast du dir die Vergangenheit aus dem Kopf geschlagen? Es war einfacher, als ich dachte. Wenn ich anderen von meiner Vergangenheit erzähle, behandeln sie mich trotz meiner Sorgen nicht anders als vorher. Sie sind natürlich erstaunt über die Geschichte, aber das kann ich ihnen nicht übel nehmen. Immerhin hat die ganze Zeit ein heimlicher Prinz unter ihnen gelebt. Vergiss deinen Vater, du kannst der Fürst von Sunhaven sein... Nein, nein, nein. Du solltest dich nicht darum kümmern, was andere denken. Ja, vielleicht sollte ich das nicht, aber es macht mich trotzdem glücklich zu wissen, dass ich unter Menschen bin, die mich so akzeptieren, wie ich sein will. Das ist ein Gefühl, das ich bisher noch nicht kannte, weißt du. Geschenk geben. Wir haben doch gerade jeweils aufgegrabbelt. Ist noch ein bisschen Sand dran, aber ich hoffe, es schmeckt trotzdem. Okay. Der hat auf jeden Fall noch ein bisschen was zu erzählen. Der ist noch nicht ganz durch. Die Dates sind durch, aber mehr auch nicht. So. So, da ist wieder ein bisschen was verschwunden. Das ist ja schon mal schön. Den weg. Den weg. Das weg. Mal, dass man kommt da oben hin. Oh, den können wir auch noch verkaufen. Weg damit. Da ist auch alles fertig. Das ist gut. Gut. Dann können wir das mitnehmen. Dann können wir... Oh, wir müssen ja noch gießen. Ja, machen wir gleich. Können wir eben die Milch ablegen. Gesagt, die Milch ablegen. Dankeschön. Haben wir genug Mana hierfür? Wahrscheinlich nicht, oder? Nein, ganz knapp nicht. Dann müssen wir... Mal eben hier den da zum Beispiel. Und dann müssen wir auch schon rüber, bevor der Tag rum ist für den Greifen. Gut. 19.30 Uhr. Dann können wir eigentlich mehr oder weniger direkt zu Lucius. Hüpfen wir eben bei der Tafel und bei Wesley vorbei. Jo, Mana. Nehmen wir. Ach, Bianca wird ja nicht angezeigt. Ist aber höchstwahrscheinlich bei der Taverne. Und Wesley vermutlich auch. Wesley ist schon zu Hause. Hier, das hat was für uns. Machen wir gleich. Ich komme hier gerade noch eben rein. Klopfen. Ich... Äh, nein. Du hast da nichts zu... Ja, komm. Wir machen jetzt erst Lucius. Dann... Bianca läuft uns ja nicht weg. Das Date potenziell aber schon. Lucius. Hallo, der Flay. Bist du bereit zu gehen? Ich habe alles vorbereitet. Und die Sterne werden heute Abend besonders hell sein. Ich bin sowas von bereit. Hm... Ist das dein Teleskop? Ähm... Ja, wir haben wieder eine kaputte Sequenz. Ja, das macht ja Mut. Können wir mit ihm reden? Bist du bereit zu gehen? Ja, ich bin bereit. Startet das jetzt nochmal? Das ist richtig. Ah, okay. Es geht weiter. Haben wir Glück gehabt. Das ist ein altes Gerät, das wir im Tempel hatten. Niemand sonst war daran interessiert. Also habe ich es für mich selbst genommen. Es verändert die Art und Weise, wie man die Sterne betrachtet. Oder alles andere. Wirklich. Also, was machst du mit dem Teleskop? Ich versuche, eine bestimmte Konstellation zu finden. Konstellation? Kunst was? Constitution. Sternenbilder sind Gruppen von Sternen, die ein erkennbares Muster bilden. Das alles ist Teil einer alten Kunst des Sterndeutens. Im Tempel wurde diese Kunst früher praktiziert, aber irgendwann wurde sie aufgegeben. Ich habe in den Vorratskammern des Tempels einige Tagebücher über das Sternenlesen gefunden. Du findest also Formen in den Sternen. Das ist richtig. Aber es sind nicht nur Formen. Sie haben eine Bedeutung. Wie dieses hier. Los, wirf einen Blick durch das Teleskop. Hm. Jetzt fängt es wieder von vorne an. Ist das ein Teleskop? Nicht ganz, okay. Na, was sagst du dazu, Leflay? Ziemlich beeindruckend, nicht wahr? Hm, was ist das? Das ist ein Komit, der auf uns zukommt. Dieses Sternenbild... Warte mal. Lass mich einen Blick darauf werfen. Oh, ich muss das Teleskop angestoßen haben. Das ist nicht das, was ich dir zeigen wollte. Jetzt bin ich aber neugierig. Was ist das? Äh, laut meinen Sternenlesetexten ist das... Hm. Das ist seltsam. Ich sehe hier eine Seite, auf der ein roter Stern in der Ferne des Ever Beyond erwähnt wird. Aber jemand muss den Rest der Seite mit dicker Tinte übergossen haben. Er sollte das getan haben. Manche Leute haben überhaupt keinen Respekt vor Büchern. Oder es war Absicht? Aber gut, das wollte ich dir ja sowieso nicht zeigen. Lass mich nur die Position des Teleskops neu einstellen. Nun, das ist enttäuschend, aber wonach suchst du jetzt? Hey, ich bin noch nicht fertig damit, mir den gespenstischen roten Stern anzusehen. Wonach suchst du jetzt? Ja, das ist richtig. Es ist ein altes Gerät, das wir im Tempel hatten. Niemand sonst war daran interessiert, also habe ich es für mich selbst genommen. Es verändert die Art und Weise, wie man die Sterne betrachtet oder alles andere wirklich. Also, was machst du mit dem Teleskop? Ich versuche eine bestimmte Konstellation zu finden. Konstellation? Sternenbilder sind grob, das hatten wir doch alles schon. Du findest also Form? Ja, das hatten wir auch schon. Das ist richtig, aber nicht nur Form. Hm. Da haben wir es. Sieh dir das an. Die hellsten Sterne bilden das Muster, das die Konstellation ausmacht. Wie heißt dieser Stern? Dieser Stern wird Drache genannt, eigentlich das Sternbild. Der Drache soll ein Wächter und Führer im Jenseits sein. Und diejenigen, die unter seinem Licht stehen, werden von seinem wachsamen Auge beschützt. Es gibt eine Legende, die unser ältester Plato erzählt hat, dass die Drachen aus dem Jenseits in unsere Welt gekommen sind und dem Drachen der Sterne gefolgt sind. Das ist wahrscheinlich nur ein Haufen Gänsefedern, aber ich fand es interessant. Sag mal, was glaubst du, für wen das Sternbild des Drachens steht? Elias oder Nivara? Elias. Nivara. Ich. Ich bin der Drache. Rar. Elias ist der Sonnendrache. Jeder dieser Punkte ist eine Sonne. Nivara ist der Weltendrache. Jeder dieser Punkte könnte mehrere Welten beinhalten. Ich bin der Drache. Du, Leflay? Nun, du bist beeindruckend genug, um ein Drache zu sein. Auch vielleicht bist du eine Reinkarnation des ursprünglichen Drachens. Kannst du dir vorstellen, dass so etwas Verrücktes wahr sein könnte? Es gibt eigentlich noch eine andere Konstellation, die ich dir zeigen wollte, Leflay. Gib mir nur einen Moment. Was denn die Liebenden oder was? Was kommt jetzt? Was wollt ihr da oben sehen? Glaubst du wirklich, dass diese Sterne etwas bedeuten? Was willst du da oben sehen? Ähm. Das ist ein bisschen sehr nah. Na, was sagst du dazu? Das hatten wir doch schon. Was ist das? Dieses Sternbild. Ja, du hast wieder das Teleskop angestoßen. Ich habe das Gefühl, dadurch, dass wir die Sequenz neu gestartet haben, haben wir dich jetzt irgendwie gedoppelt übereinander, ineinander, verworren. Ich bin mir nicht mal sicher, was der Bug genau hier ist. Ob das wirklich einfach die Texte sind oder ob es jetzt nur doppelt gestartet ist und der nicht genau weiß, wo er mit den Texten hinspringen soll. Was ist das? Ja, ja, ja. Respekt vor Büchern. Sowieso nicht Zeug zeigen. Ich will alles sehen. Hast du jemals in die endlose Ausdehnung der Sterne gesehen? Es ist endlos. Es erstreckt sich für immer. Es gibt da oben so viel. Da muss irgendeine Art von Weisheit darüber zu lernen sein. Vielleicht schon? Als ich in den Himmel schaute und sah, wie klein ich im Vergleich zu ihm war, da fühlte ich mich... Naja, klein. Das war ein schönes Gefühl. Sich so klein zu fühlen, machte das Alleinsein besser. Mensch, macht das überhaupt Sinn? Zumindest für mich macht es Sinn. Aber dann? Nun, ich habe dich getroffen und mir wurde klar, vielleicht war ich doch nicht so klein und unbedeutend, wie ich dachte. Oder besser gesagt, es war schwieriger, mir das immer wieder einzureden. Im Rahmen des großen Ganzen sind wir alle völlig unbedeutend. Im Rahmen des großen Ganzen ist die ganze Menschheit unbedeutend. Oder die Elfheit, je nachdem. Vielleicht stört es mich mehr... Störte es mich mehr, als ich dachte, dass ich eine Welt für sich war, als die anderen von Nelvari, das... Was? Vielleicht störte es mich mehr, als ich dachte, dass ich eine Welt für sich war, als die anderen von Nelvari, das... What the fudge erzählt der hier? Ich muss sagen, sich zu verlieben hat sich als sehr mühsam herausgestellt. Nicht, dass ich es bereuen würde, aber... Ah, ich habe das Sternbild gefunden, das ich dir zeigen wollte. Jetzt kann ich aufhören zu reden und anfangen zu zeigen. Uff, was willst du mir zeigen, Lucius? Es gibt viele stumme Sprachen da draußen, aber ich habe das Gefühl, dass die Sterne die Worte sagen können, die wir alle nur schwer aussprechen können. Verborgene Bedeutungen, wie ein Blumenstrauß aus Sternenstern. Ich glaube, wir laufen gerade zum Teleskop. Und jetzt haben wir zwei Bilder übereinander. Hervorragend! Was ist das hier? Glaubst du zu erraten, was das hier sein soll? Ein Herz? Eine Art Hase? Es ist ein Stein. Naja, er will mit Sicherheit Herz hören. Das ist richtig. Das hier ist das Himmelsherz. Es steht für endlose Liebe. Hingabe. So etwas in der Art. Wie auch immer. Du sollst es der Person zeigen, die du liebst. So steht es in dem Buch, meine ich. Ach so, das ist... Dann hole ich mal eben Vivi, oder? So einfach völlig gefühlslos. Alles klar, ich muss mal gerade jemanden holen. Bis gleich. Ach so ist das. Warum zeigst du ihn mir dann? Verstehe ich nicht. Einfach völlig gefühlslos. Ach so ist das. Nun, es ist das, was im Buch steht. Leflay. Bevor ich dich getroffen habe, habe ich den Nachthimmel nach Schönheit abgesucht. Die Sterne gehen sich nicht aus dem Weg oder haben Probleme miteinander. Aber jetzt weiß ich, dass es auch auf dem Boden eine unendliche Schönheit gibt. Das bist du. Der ist ja gar nicht schmalzig aufgetragen. Ähm. Ich glaube, ich habe am Ende alles gesagt, was ich sagen wollte. Nicht wahr? Oh, Lucius, das war unglaublich. Wow, das war so ein bisschen rührselig jetzt, ne? Du hast es verdient, es zu hören. Ich habe so viele Worte für dich. Ich bin es nur nicht gewohnt, sie laut auszusprechen. Nachdem ich darüber nachgedacht habe, habe ich beschlossen, dass ich keinen Tag länger aushalten kann, ohne dir zu zeigen, was du mir wirklich bedeutest. Und wenn ich sage, dass ich dich auch liebe, schön, dass wir jetzt keine andere Option mehr haben. Du brauchst es jetzt nicht zu sagen. Ich danke dir einfach. Du hast mich akzeptiert, so wie ich war und so wie ich bin. Ich hatte den Glauben daran aufgegeben, dass sich jemand für mich interessieren würde. Aber hier sind wir nun, mein Partner und ich, bei einem Date und schauen uns die Sterne an. Es fühlt sich an wie ein Traum. Das ist auch für mich ein Traum. Ich kann dich kneifen, wenn du willst. Das ist alles, was ich mir wünschen kann. Komm, mein Sternenlicht. Ich habe dir noch mehr im Ever Beyond zu zeigen. Ich kann es kaum erwarten. Du verbringst einige Zeit mit Lucius und schaust in den endlosen Himmel. Bis ein plötzliches Geklapper in den Bäumen eure gemeinsame Zeit unterbricht. Lucius teilt dir mit, dass es sich anhört, als würden sich die Waschbiere wieder streiten und verabschiedet sich von dir, denn die Pflicht ruft. Ehe du dich versiehst, ist er im dichten Wald verschwunden. Tja, so läuft es eben manchmal. Gut, jetzt geht der Rest, der, also jetzt geht das andere Date weiter. Wir könnten ja jetzt, komm, wir sagen, jetzt, es war Niwara. Glaubst du das wirklich? Niwara ist der Weltendrache, aber ich frage mich, ob sie eine tiefere Verbindung zu dem hat, was jenseits unserer Welt liegt. Ich habe Niwara nie so gut kennengelernt, wie ich es hätte tun sollen. Vielleicht muss ich das ändern. Vielleicht gehst du aber auch einfach mal zum Monddrachen, du Mondsüchtiger. Der ist ja inzwischen auch ganz cool. Und tot vor allen Dingen. So, aber das kennen wir. Er ist ja nicht tot, er hat ja aufgegeben. Aber nun gut. So, wir laufen gerade wieder zum Teleskop, glaube ich. Also, ich höre Fußgetrappel. Aber ich habe das Gefühl, es passiert nichts mehr. Da komme ich hin. Na, wir haben es kaputt gemacht. Also, es geht doch noch weiter. Alles klar. Was wollt ihr da oben sehen? Ja, gut. Ich weiß doch auch nicht. Na gut, komm, es ist 20 Uhr. So viel Zeit haben wir nicht mehr, aber dann lasst doch noch einfach noch eine Runde fischen gehen. Ich würde sagen, wir gehen, ich würde, glaube ich, am ehesten auf die Lichtung gehen. Also, uns fehlt noch ein Rochen und den haben wir, glaube ich, auf der Lichtung gefangen. gehabt. Also, hier, ihr wisst die, die Ressourcenlichtung, da, wo es die ganzen Ressourcen gab. Das mit dem Mana können wir morgen immer noch machen. Wir können ja einfach hierbleiben mit der Mana-Quest. Bleiben wir morgen auch noch kurz hier. Aber dann lassen wir eine Runde angeln gehen auf der Lichtung. Können in der Zeit die hier noch mitnehmen. Lassen eh kein Schwert fallen. Das sage ich ja. Gehen wir jetzt noch zwei Stündchen angeln oder eine oder irgendwie sowas und dann ist auch gut. Haben wir noch einen schönen, ja, wir haben noch Bait. Odin, die Wither-Angel wird ja hier wahrscheinlich nicht so viel ausrichten, aber sie erhöht immerhin unsere Angelfähigkeit. Also, gucken wir mal. Natürlich perfekt. Ach, wir haben den Hut gar nicht an. Wir haben ja den Hut gar nicht an. Rein damit. Next. Na? Na, ey, komm, ich habe ein Bait reingeschmissen. Na also. Aber du glitzerst nicht. Was soll ich denn mit dir? Natürlich perfekt. Ein Einhornfisch, aber auch nicht unbedingt. Dann kommt da der Nächste, der auch nicht glitzert. Enttäuschend. Es war leider viel zu früh. Natürlich perfekt. Das ist ein Pilzfisch. Und jetzt kommt hier wieder nix. Da kommen ja noch zwei, aber da einer glitzert. Einer glitzert, vielleicht haben wir ja Glück. Ein Rochen. Sehr gut. Jetzt fehlt uns noch einer. Und zwar der, der angeblich unfangbar ist. Aber der Rochen ist schon mal gut. Damit haben wir den Nächsten für deines, Alter. Ein Algenal. 23 Uhr. Na, es war zu früh, aber das ist ein Wuffisch. Jep, ist es. Einen würde ich noch riskieren. Ne, komm, wir gehen zurück. Wir riskieren keinen mehr, ist spät genug. Das riskieren wir aber noch. Ich würde sagen, wir könnten eigentlich morgen noch mal einen Fishing-Tag oder einen Monster-Tag machen. Also wieder genau hier unten. Natürlich. Ah, den Rochen haben wir schon mal. Das ist gut. Dann machen wir morgen auch noch mal die Rundreise. Ja, wir hätten jetzt auch mal jemanden besuchen gehen können, aber ist egal. kriegen wir hier noch aufgeräumt. Das kann alles und da an die Seite. Das kann alles raus und du bist für deines. Schmeißen wir die eben weg. Das Futter haben wir ja auch noch im Inventar. Fällt mir jetzt gerade auf. Das können wir auch morgen eben ablegen. Aber bis dahin gehen wir erst mal pennen. Das wäre jetzt, glaube ich, relativ wichtig. Möchtest du schlafen? Ich muss ja. Du schläfst die ganze Nacht durch. 6700 EP, das könnte hinkommen. 7000 Gold und 15 Mana-Kugeln 7 Tickets. Tickets.